Hier ist unter Beschuss durch Doms Meteore. Die Alpha Abteilung durch... Achso, ja. So, jetzt schneide ich hier hin. Speicherpunkt. So. Das ist kein richtiger Schutz. Ja, ich will wissen es. Das helfe ich auch gleich nochmal. So, und dann jetzt tapen. Machen wir Akulaba 2, das war's glaube ich. Ja. Und ja. So. Dann würde ich mal sagen, tschüss bis zum nächsten Mal. Euer Slice. Und bleibt immer schön cool. Und hier der Slice wieder zurück. Mit... Beyond God and Evil. Hier ist es von Gut und Bild auf Deutsch. So, ja. Beim letzten Mal haben wir uns ja die letzten 2 CDs nicht angeguckt, oder? Ich guck mal hinzu. Doch, die haben wir uns angeguckt, ne? Wie speichern? Ah, nein. Okay. Wollt schon nicht. Äh. So. Ich wollt nicht speichern. So. Speichern tue ich gleich erst. Als erstes werden wir uns jetzt mal... Was soll ich denn? Achso. Erstmal hier rausgehen. Hey. Bewege mal deine Arsch-Page. Also Arsch doch, werden sie sagen. Man sagt ja Puh, ne? So. Jetzt kommt das nächste. Oh. Ah, kommt schon. Das ist ein PV1. Jo. Holen wir nachher. Erstmal hier rein. Ab da rein. So. Ein geschützter Bezirk also. Dabei lassen wir uns um die Hunde gehen. Egal, da ist ein Weg. Wir können uns durchschneiden. Ja, ja. Das ist irgendetwas her. Ich freu dich mal an. Fekta. Hallo. Ich trug die Maus, aber die Maus reagiert nicht. So, also mal sehen. Das ein bisschen schneller machen, weil... Ich bin ja auch nicht grad der... Der allerschnellste. Wow. Hat die Dingspunkt gesehen von hier. Das ist schon... So, also Rennen. Das ist schon Jump'n'Run mäßig. Die beste Sprungrückliche überhaupt. Oh, falls ihr es bemerkt haben solltet. Ich bin sehr verschlupft. Also, muttert euch nicht. Ne? Man hat dich nicht verliegert. Bei dir nur eigentlich. Ne, also. Die Ärzte. Genau. Ich kam gerade im Radio. Da habe ich jetzt verliegt. Ne? Also. Na ja. So. Ja! Du dachtest schon, ne? Ne. So einfach war ich auch nicht. Stung kriegen. Stung. Und ablangen. Und dann. Oha. So. So. Wo. Und. 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 Jetzt darf ich die Bahn nochmal rein. Na ja. Aber ja klar. Auf. falsch abgebildet und schon. Aber eigentlich war ein Fehler und dann. Hau. 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 So, also dabei einfach mal. Und ab. Los! Wunder mit dir! Wieso springt ich denn nicht? So. Hier fest, ich muss schnell wieder gebring. Er hat die Revalsteuerung. Er hat jetzt doch wieder falsch gemacht. Verdammt! Richtig. Na ja, war ja klar. Man muss noch einmal einen Fehler machen. Und schon... Schon jemand vergessen! Wow! Oh! Jetzt sollte ich vielleicht mal... Mal sehen... Ne, guck mal! 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 Steuerung! Oh! Es brummt! Es brummt! Ah ja, Steuerung! Oh, Mann, Alter! Ich muss hier erstmal nochmal wieder reinkriegen, Leute! Da war ich schon... Arsch hier rüber! Leute, das ist echt ein Kaffee von mir abwarten! Das ist ein Spiel... 2003 ausgekommen ist! Und ich sage mal, in den... letzten zwei Jahren... Kommt hier jetzt da runter, oder wie? Ich weiß nicht, ob hier irgendwas Wichtiges ist, was ich fotografieren soll... Nö! Okay! Nein! Das hol' ich nicht! Los! Alter, war! Los! Rennen, 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 rennen! Und? Und? Ja! Ja! Alverteilung ist die Böse, übrigens... Ne! Böse hat's gehört die Guten, übrigens! Der ist ganz alt! Wir haben jetzt hier, so sieht er! Wir werden jetzt hier malen! Okay! Äh... Ja! Wir werden euch gleich anrufen! Für den Weg ist das Blut! Mit zwei Teile, damit wir jetzt tief laufen können! Wir werden jetzt hier malen! Das ist die Panzer! Unbedingt ein-TAN! Aber ja Leute! Ich weiß wirklich! Die zwei! Da ist sie sogar wert zu kippeln! Na okay! Wenn man... Das vorher schon mal gespielt hat, also... Vorgebringt halt manches Stellen... Dann ist das natürlich leicht! Ich sage aber... Aber, dass man sich dann noch verläuft, kann man sehen, ja die Zeit kann ja auch rauschen, aber lass ich lieber, dann ist das nicht mehr original. Och, wie schade. Na, da kommen die Tricks wieder nochmal rein, also ich werde ja nochmal reingehen. Was ist das hier, das geht auch mal, der Servier zu Pete Page oder wie auch immer der Typ. Übrigens möchte ich, dass ihr mal... Aha, okay, jetzt kann ich sie doch öffnen. Hyperlessen, nein, ich öffnen dürfen, was ist das denn für eine Farbe? Nein, also... Naja, mehr muss ich eigentlich sagen, ne? So, Pusche hat schon eine... Ja, ja, äh, was wollte ich... Achso, ja, das Pee-Bee... Boah, ey, das, das... Ja, ich hätte nicht richtig rannehmen können, wollte ich euch auch nochmal zeigen. Eben, ey, ha, bla bla bla. 1.500, ja, kann ich doch gerne, ne? Ist ja nur ganz wichtig. So, dann will ich mal Stop geben und euch auch das zweite Rennen zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das schon hab, aber ich meine, ich hab's noch nicht. Meine ich schon nicht. Übrigens, nicht wundern, wenn ich manchmal noch meine Art fotografiere. Ich weiß nicht, was ich schon fotografiert hab, oder was noch nicht. Und wenn ich jetzt extra mal gucken, okay, jetzt hab ich das hier schon, aber das hier noch nicht. Boah, Sonnefahrt. Ja, also, nicht wundern, wenn ich mich einfach mal... ...verraue. Aber man kann ja nicht 20... ...Stunden, 24 Stunden am Tag, kann man sich ja was merken, aber... ...da noch später noch mal was merken, ich hör noch nicht mal, ob wir überhaupt einen Rennen hatten. Aber ich glaube, ja, hatten wir schon. Schwachsinn und die Wöhleidigsten haben noch wesentliche 3 Sekunden Rückschlag zu holen, zu kehren. Übrigens, war so, jetzt den Rekord zu holen. Also, 2, 3, da ist wieder Dr. Benzin, Nummer 5o. Der erste, eigentlich der erste, der ist der 20. Konлох! Ich hab mich schon mal gesehen, aber die für mich nicht, was ich hier würde mir wissen, was ich dann auch nicht mehr sagen würde. Der hat die Hüftler gesehen. Der hat die Hüftler gesehen. Ja, 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 ja.